Musik Das Schätzler Palais hier in Augsburg hat eine bedeutende Sammlung aus dem 18. Jahrhundert und wir zeigen hier die Haukohl Collection, die sehr eng damit verknüpft ist. Wir zeigen sehr viele Verbindungen, insbesondere zur Malerei des 17. Jahrhunderts. Florenz und Augsburg waren zwei Städte, die sehr eng miteinander verbunden waren, insbesondere durch die Medici und die Fugger-Familie. Musik Dieser wunderbare Festsaal, in dem wir hier sitzen, ist um 1770 vollendet worden. Dieser Festsaal hat eine ganz außergewöhnliche Originalität und das ist etwas, was auch beides verbindet. Die Haukohl Collection hat eine wunderbare Qualität und auch eine Originalität. Es gibt sehr viele Entdeckungen innerhalb dieser Sammlung und insofern gibt es hier auch eine ganz enge und tiefe Verbindung. Und insofern freuen wir uns ganz besonders, dass diese Ausstellung hier bei uns im zweiten Stockwerk gezeigt werden kann. Musik 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 Musik